Schönen guten Abend. Hier den letzten Schritt in Spider-Man mit Andi zusammen. Hallo. Wir waren hier letztes Mal stehen, wie wir auf dem Vorplatz alle gebracht haben. Guck mal nach oben. Jetzt sind wir auf den letzten Schritten zum Hauptkampf, glaube ich. Mit Finn. Das ist, glaube ich, aber nochmal ein Rückblick. Ja. Damit sie ihren Computer finden oder so. Algenfahnen sorgen für ein nachhaltiges, gesundes Leben unter Wasser. Heute werden Algen kommerziell angebaut für eine Vielzahl von Produkten genutzt werden. Ich frage mich, wie Algen schmecken. Vermutlich Grünkohl. Ich hasse das Zeug. Könnte man ansehen? Seit Mitte des 20. Jahrhunderts malen sich Wissenschaftler die Besiedelung des Meeresbogens aus. Direkt vor ihrem Fenster können... Dann gehen wir mal hier weiter. Ich taufe den, der Howard. Und jetzt... Alter Finn. Lebiathan. Gefällt mir! Hat er gerade Lebiathan gesagt? Mhm. Ist ja voll super nett, schuldig. Gehen wir mal hier hoch. Gehen wir mal schneller. Gehste mal weg. So. Weltraum. Die Sonderausstellung ist oben. Da ist der Aufzug. Wir haben noch Zeit, uns umzuschauen. Da. 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 Wir können uns ja so umschauen. Ja, ich weiß nicht. Es war echt hart. Es war echt hart. Es war echt hart. Es war echt hart. 5G auf dem Mars. So, dann wollen wir mal nach oben. Yep. Habt ihr Karten für die Sonderausstellung? Oh. Lass mich rein. Unser Projekt wird ausgestellt. Ich dachte, wir brauchen keine. Doch, und sie sind ausverkauft. Ich kann euch nicht hochlassen. Trotzdem danke. Projekt wird... Was ist das denn Scheiß? Sie sagte, es ist ausverkauft. In einem Weg. Ja. Aber siehst du die Tür? Der Flora hinterfällt den Aufzug herum. Ihr könnt doch nicht einbrechen. Wir müssen. Die Ausstellung geht doch nur noch bis morgen. Wir verpassen sie sonst. Ich fasse es nicht. Um die jungen Haare. Ich kenne solche Schlösser. Man kann sie mit einem Lichtstrahl öffnen. Licht haben wir an den Handys. Aber das reicht nicht weit genug. Doch. Wir müssen nur etwas Reflektierendes unter der Tür durchschieben. Etwas Reflektierendes. Ich finde Werkzeuge zum Öffnen der Tür. Variabel? Meinst du damit formbar? Ach, wie gewählt du dich manchmal ausdrückst. Sieht doch gut aus. Was ist denn Münzen? Oh. Na, no. Solarspiegel mit Kleber auf der Rückseite. Perfekt für ein lichtempfindliches Schloss. Nimm an. Das nehmen wir doch mal. Jetzt brauchen wir etwas, das unter der Tür durchpasst. Noch eine Reitersuche. Du musst hin. Ja. Wir hoffen. Wir müssen hierbei aber echt super duper leise sein. Ich bin Meisterin der Irreführung. Du eher nicht. Ich kann ganz gut lügen, wenn ich muss. Ja. Klar. Wenn du dich aufgewachsen bist, gab es sowas nicht. Wir mussten zwei Stunden bis zum nächsten Loser. Architektum, die Innovationen sind der Schlüssel zum Überleben. Sieht ihr das an? Einfach an den Tischen. Klar. Ich nehme da meine Mikros mit. Die Anlage. Sampler. Das wird wohl keiner langer. Dann gibt es keine gute Musik auf dem Mars. Das wird funktionieren. Ja. Wenn du mal an die richtige Seite gehst. Mach ganz klar. Hä? Ja. Das war Peter. Mit Dr. Octavius. Aber welcher Peter ist das? Ja. Echt. Also der, den es schon übergab. Oder meinst du jetzt? Das ist entweder der Genial oder richtig richtig dumm. Nein, es soll Tom Holland sein, oder? Schon wieder ein eigener. Genial oder richtig richtig dumm. Wir erforschen, was sie brauchen. Das ist jetzt die falsche Seite. Ja, du brauchst es ja jetzt zusammen. So, schuld ja. Welche Seite muss der Sticker? Ich glaube da zu dem rechten. Okay. Der ist jetzt Richtung zu mir. Ein. Ein. So vielleicht. Aber du kannst es auch noch drehen, Junge, ne? Drehen und Form ändern. Das ist ein Unterschied. So? Wie so? Mach mal die andere Form. Das ist da unten in der Mitte. Jetzt. Andere Seite. Jetzt. Taschenlampe. Es hat geklappt. Geschafft. Komm schon. Das denn? Wartet. Keiner sieht euch da reingehen. Genau. Das war Wahnsinn. Ich werde unsere gemeinsamen Aktionen vermissen. Wovon redest du? Äh, hallo? Du bist ab nächste Woche an der Brooklyn Visions. Ich nicht? Ich löst mich doch nicht in Luft auf. Wir sehen uns trotzdem. Du wirst beschäftigt sein. Nicht so beschäftigt. Ich werde schon Zeit finden. Ganz ehrlich. Okay. Jetzt wird's schnulzig. Los, gehen wir hoch. Fahrstuhlmucke. Hauptsache, der Fahrstuhl geht von beiden Seiten. Hey, Dad. Hi, Mr. Davis. Finn lässt grüßen. Habt ihr beiden Spaß? Macht auf jeden Fall ein Foto von eurem Projekt. Dad, es ist keine große Sache. Das ist noch vor dem ersten Teil. Hm, weil der Dad noch lebt. Doch, das ist eine große Sache. Da kannte er Peter auch noch nicht deswegen. Okay, okay, wir machen ein Foto. Hab dich lieb, Dad. Er kannte ja, glaube ich, Peter erst, als sein Vater gestorben ist. Hm. Dann hat er erst einmal mitgeholfen. Hm. Oh, scheiße. Ob unser Konverter angeschlossen ist? Er ist ansonsten nicht sinnlos? Er konnte die so nicht. Aber Sie müssen Biomasse zuführen. Vielleicht aus einem Mülleimer. Okay, wir nicht. Was war die Mission? Ich hab's vergessen. Bitte, fass das nicht da! Erkunde diese Sonnenaufstellung. Eine der größten Errungsschaps. Wo ist denn unser Konverter? Jetzt sind wir erkundet. Ich hab's dann noch. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh, ho, ho, weh. Na, sieh mal einer an. Echte, preisgekrönte Wissenschaftler. Wir wussten nicht, dass wir in der Sonderausstellung sind. Kostet extra. Wie bist du reingekommen? Äh, hab ein Ticket gekauft. Wie seid ihr reingekommen? Nicht so wichtig. Hey, kommt mal her. Wir machen ein Foto. Wer ist das? Du musst auch mit drauf sein. Du hast uns schließlich geholfen? Okay, okay. Gut, gut, gut. Rück mal. Vielleicht der Professor von der... Okay. Sag allele! Das werde ich nicht sagen. Zum Glück hatten wir unsere Spinnen-Sandy. Du musst wissen. Ich höre dir nicht mehr zu. Und durch das. Venim! Ich muss dir sagen, was mit dem Reaktor ist. Wie viele Spider-Leute gibt es? Lass mich zu, wenn es nicht so erfolgt! Muss ich erst mal wieder einspielen? Ja. Ich mach diesen Sprung, wo man dann, wenn man landet, alle im Umkreis umhaut. Ja. Und jetzt erst mal den... Ja, ja, ja. Und jetzt erst mal den... Das wirst du... Das wirst du... Los! Versuch doch aufzustehen! Völge ihm, komm! Schlack dich weg! Oh, meine Frau bist du! Geht nicht, verlierst dich, Spider-Man! Finisher bereit! Oh, komm schon! Das ist mein Lieblings-Museum! Ja, das wird ihm schon ausweichen. Was? Bisschen schwingig, schwingig! Ja, geh nach oben, da kannst du ihn doch. Ich brauche ein! Ich brauche das, was ist mein Lieblings-Museum? Oh, ich brauche das! Das hat nichts mehr hier zu tun! Das ist meine Freunde, die hat... Schwingig... Wow, muss ich nicht kommen? Ich muss sie ausschalten, bevor ich nach Haarlem gehe! Schatz, ich... Wenn man lange nicht spielt, ne? Oh, ich bin in den Strahl, bist du gesprungen! Mach doch mal die Kombi! Guck! Guck, kannst du gleich noch eine? Ich mach mich echt nicht mehr. Ich muss auch gar nicht mehr. Boah, ich würd noch mal den Strahl machen. Ja, sonst kriegt man ja noch nie Platz. Guck! Du bist bei 36! Was? Und der Mann da. Ja. Dann auf geht's, Alter! L1 und R1. Wo ist denn jemand? Damit wir's mal anwenden können. L1, R1. Guck mal. Toll. Da. Jetzt aber schnell! Habe ich den verarscht. L1 und 4. Ich gucke mal, wenn die Kombi stehen darf. Falls du's nicht siehst, dann sag ich dir, was du drücken sollst. Ja, und ich sag dir, was du drücken sollst. Wer sich mit uns anlegt? Dreieck. Kreis. Du musst kotzen. Nee, das will ich immer über kotzen. Okay. Noch einer. Ich muss zurück nach Halle. Jetzt. Du vor Finn den Reaktor zerstörst. Aber immer die falschen. Auf geht's! Schwingen! Genki, melde dich! Junge, jetzt geht weg. Die Evakuierung. Schlecht. Roxton und der Underground sind überall. Es ist wie im Krieg. Seid ihr sicher? Meine Mom? Wir sind jetzt in... Ja. ...vereinbarsten Leute. Aber wir sitzen hier fest. Ich hör dich nicht. Wo bist du? Genki! Falls du mich hörst, ich bin unterwegs. Weiß nicht meine Steuerung, Alter. Haltet durch, Mann. Bitte! Nee. Ah, jetzt. Na doch nicht. Weißt du, wie man diesen Schwung macht? Ja, ich würde diesen nach vorne machen. Mit L1, oder? Das ist ja ein heftiger Sturm! Nee. Mit Drückkreis. X. Wenn man... Ja, genau. X, ja. Jaaaa. Liegst du eigentlich in Zeitlupe? So, jetzt sind wir da. Genki! Kannst du mich hören? Danke! Genki! Rette deine Mutter! Die stirbt noch, falls sie mich halten, Leute. Ich komme. Da ist sie alle! Sie werden den Pakt zerstören! L1, R1 gedrückt halten! L1, R1 gedrückt halten! Weg hier! Doch, immer noch. Jaaa. Hilft doch immer. Jaaa. Kreis direkt, Kreis direkt, Kreis direkt. L1, R1... Wir müssen jetzt hier gegen zwei kämpfen? Ähm, ähm... Vier Eck gedrückt halten. Aber jetzt schon vorbei, ey. Was musst du mal nennen? von einem Schlag L1, R1. L1, R1. Ja, da sind ja noch andere. Das Bulle. Bei Panaforte und im Friseur sieht's okay aus. Aber hier darf nicht länger gekämpft werden. Kamila, bist du bei Caleb? Das eine ist ja. Wie lange sie gehen, aber zusammen sind sie okay. So weit wird's nicht kommen, das lass ich nicht zu. Verschreckt euch, bis ich die Straßen gesichert hab. Noch da vorne der Entsprung. Bei 36. Ja. Einer weg. Reinkommen da. Klasse! Toll. Hä? Mach dich mal unsichtbar. Mach dich mal unsichtbar. Ich weiß nur da, aber ich weiß nicht, was drüben ist. X im Auge. Die ich nicht will. Hinten auf den Boden. Oh nein. Und ich will. Und ich will. Was ist mit X-Geduld-Teile? Jetzt mal hoch. Jetzt weiß ich jetzt nicht. Okay. Kurz hoch. Auf die Dächer musst du. Auf die Dächer. Noch einen hoch, geh noch einen hoch, damit sie sich aus den Augen verloren hat. So, jetzt können wir erstmal alle angucken. Auf den Gebäuden. Musst du irgendwas mit dem roten Ding machen? Ja, dann spring ein. Ja, da. Die so sehen gar keinen Zuverschreit. Schmeiß die runter. Wir brauchen Hilfe bei Fiest. Schick jemanden her. Er kämpft, während er... Der neue Spider-Man soll im Eintritt sein. Ja, der Telefon mit ihrer Nähe hier schön kämpft. Er schützt dich. Du schützt dich selbst, okay? Verschwinde da. Okay. Ja. Ich überlasse das Fuß. Pass auf dich auf, Gloria. Und du schützt dich. Okay. was ist das denn? weh, weh! oh, ich konnte nicht mehr so, so, so so, so verdammt die Ein Glitsch. So, jetzt noch einer auf da irgendwo. Da. Okay, dann folgt ihr. Hä? Wo bist du? Den T.S. Bodega. Das ist richtig übel. Du musst schnell hin. Ja, kannst du da. Ich bin fast da, aber ich muss das Rock-Sonde und den Underworld ausreiten, damit es sicher ist. Ja, kannst du durch eine Luft. Feier ich. Darüber. Komm her. Wir haben eine neue Kraft. Schweben, du hast einen vergessen. Und noch gerade rüber. Ich fasse aufs andere, wo du beulst. Ja. Und dann sind sie alle unten. Auf den Straßen herrscht Chaos. Ich muss sie aufhalten. Und mach den Jump. Nein. Ja, du hast aber... Ja, du hast auch mal... Pass auf, der Panzer will nicht. Ich hole mich. Oh, da ist eine Bombe. Mach. Bei denen will ich ja mal auf. Oh ja, gar keiner. Ist ja wie Rhino. Hoch, hoch, hoch und unsichtbar machen. Unsichtbar, mach dich unsichtbar. Mach dich unsichtbar, mach dich unsichtbar. Da ist einer. Ja, genau, bleibt auch. Die folgen dir, du sollst dich auch unsichtbar machen. Wo bist du? Wo bist du? Schmutzig. Da. Mach dich doch undeckbar. Vielleicht bist du tot. Nein, ist leer. Was ist leer, Tano? Nee. Die sind schon ab, aber ich bin gerade auch bei mir. Die folgen dir übrigens. So, und jetzt auf geht's. Erstmal kurz den Überblick. Alter. Warum sind die? Was sind denn so scheiße? Und los. Boom, 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 boom. Schade. Ich habe auch nicht zu hauen. Ja, komm mal. Ja, genau. Oh mein Gott. Du bist raus. Ja, das ist gut, wenn dir ein Einzelner folgt. Ich fahre gerade vom Dach. Keiner. Hoch. Großer. Großer denn. Das ist gut, wenn dir ein bisschen den Kampf... Immer muss ich weg. Ich gehe weg hier. So. Ist aber noch jemand gefolgt. Aber... Hier sind die so... Drei. Drei. Drei, ne? Ja. Aber halt... Hier ist gut, ne? Schade. Aber... Alter. Der Panzer, der... Ja, den musst du umknocken. Geh auf die Kante mal. Da. Da ist sie. Ja. Jetzt aufs Maul. Das ist ja schon der nächste... Ja, dann jetzt, wenn die beiden in den Kreis sind. Ja, aber ich bin wieder leer. Ja, witzig. Hast du eigentlich unendliche Aufladungen? Schlag ein bisschen in der Luft rum. So. Ja. Da haben sie wirklich schon früh draufgekommen. Und dann. Die Podium. Können wir wirklich... einfach mal die. Ja. Ah? Ja. 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 Dankeschön, holo. Warum ist uns das nicht früher eingefallen? Genki! Genki, wo bist du? Kommt ihr da irgendwie weg? Ist da jemand? Leute! Leute! Hört zu! Wir müssen hier weg! Aber ich kann nicht alle von euch tragen! Atom-Bombe, das war's. Sie hat schon angefangen. Oh, der stirbt jetzt. Eine Waffe runter. Der... Onkel. Jetzt wird erstmal übergriffen. Nein. Er hat recht. Geh. Wir übernehmen das hier. Ich komme wieder. Ich weiß. Okay, Leute. Seht hinter jede Tür. Wir lassen niemanden zurück. Nein! Jetzt kommt noch der Kampf mit Finn. Ich weiß nicht, was du tust! Die haben es nichts anders verdient! Nein! Der Reaktor. Krieger hat aufgerüstet. Du zerstörst nicht nur die Rocks on Plaza. Du machst ganz Harlem dem Erdboden gleich. Ich lasse mich von dir nicht mehr anlügen! Und ich dachte, die sind verliebt. Aber für Spider-Man gibt's nur Mädchen, die MJ heißen. Es ist zu spät. Nicht wahr? Wofür steht das immer? Mary... Ich frag mich gerade, ob Emma Stone auch MJ war. Die war... äh... hier... Gwen... Gwen... Gwen Stacy. Ja, siehste? Also Gwen Stacy oder MJ? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ding, 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 ding. Ja, was hat sie denn da für'n Schwert? Oh, Wamba! Er zerstört die Plaza! Er vernichtet Kriegers Denkmal! Siegel? Wir müssen... Ein Venom aufbauen. Wie zu? Mach dich doch auch nicht wahr. Wer hat das gesagt? Krieger? Ich hab alles berechnet! Verschwindet du da? Huch! Jetzt musst du sie mit Dings angreifen. Mit... Und auf die Fresse! Ja, aber die ist im Kreis! Die Finn, die ich kannte, wollte Leute beschützen und sich bestraffen! Jetzt kommt das gleich raus! Das ist aber mächtig! Bitte, Finn! Ich sag dir die Wahrheit! Kommt mich immer noch nicht drauf klar, dass Finn mit PH geschehen... Kannst du nicht mehr kämpfen, oder? Kannst du nicht! Weiß ich noch nicht! Oh, ich muss mir nicht so viele Gedanken machen! Hau dir auf die Fresse! Was ist da? Für den ersten Teil... Schon mal gut! Videosequenz immer gut! Wir reden! Nachdem ich den Reaktor auch... Oh, scheiße! Da funktioniere Spinnensinn dann nicht, oder was? Meine Damen und Herren, wir trauern den Verlust unseres gelebten Heldes, Miles Morales. Finn, da! Der Reaktor geht gleich hoch! Bald können wir das nicht mehr stoppen! Nein! Ich werde nicht nochmal weglaufen! Ich will nicht! Ich glaube, sie stirbt. Handi, willst du? Nee, nee, du machst das schon. Wenn ich jetzt kämpfe, dann sind wir gleich tot. Ich bin der einzige, den ich auf meiner Seite brauchte! Ich bin auf deiner Seite! Wir ernährlichen Roxxon mit den Informationen über Nuvor! Gebt nicht! Interessiert keinen! Komm zur Vernunft! Los! Alter, das schlug! Das schlug! Das schlug! Hast du das gespürt? Wir müssen den Reaktor stoppen! Jetzt! Ich werde es dir nicht leicht machen, Miles! Okay! Ich will das hier nicht tun, Finn! Du hättest wegbleiben sollen! Toll! Ja! Ja, weil du nicht Venom benutzt! Ja, weil du nicht Venom benutzt! Ja!